Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 95 PS auf ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis